Menschen haben sich schon immer Geschichten erzählt. Am Lagerfeuer, im Wald, in der Wildnis. Sie hatten Angst. Es war ihre Art, der Realität zu entfliehen. Ihre Ängste haben sich gewandelt. Waren es damals noch Wölfe und andere wilde Tiere, sind es heute viel abstraktere Dinge. Jeder hat sie. Jeder. Geschichten über die Mysterien der Welt. Das Unterbewusstsein und die Gedanken. Denn Geschichten sind real. Bis jetzt gibt es drei meiner Kurzgeschichten auf Spotify zu finden. Und ab sofort wird jeden Mittwoch um 18 Uhr eine meiner alten Geschichten, die es bisher nur auf YouTube zu finden gibt, auf Spotify veröffentlicht. Und sobald die alle draußen sind, werden auch alle neuen Geschichten immer auf Spotify direkt hochgeladen. Nicht irgendwie regelmäßig, dann nicht mehr mittwochs um 18 Uhr, einfach wenn sie dann halt erscheinen. Wenn ihr da immer auf dem Stand bleiben wollt, könnt ihr mir natürlich auf Spotify dann auch folgen. Findet ihr unter Kurzgeschichten von Tim Time, wenn ihr auf Spotify sucht. Ihr könnt mir natürlich hier auf YouTube auch folgen. Da kriegt ihr dann auch auf jeden Fall immer Bescheid, wenn es eine neue Geschichte geben wird. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Geschichten hören.